Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich bei diesem wunderbaren 13 Zoll MacBook Pro aus dem Jahr 2017 den Akku wechseln. Und ich möchte euch dabei mitnehmen. So könnt ihr schon mal sehen, wie so ein Akkutausch vor sich geht. Bevor ich mit dem Austausch beginne, schauen wir uns das Gerät einmal genauer an. Äußerlich ist das Gerät in einem guten Zustand. Hat keine Dellen und keine nennenswerten Kratzer. Wenn man einen Blick in die Einstellungen wirft, kann man unter der Rubrik Batterie schnell erkennen, dass der Akku eine Serviceempfehlung hat. Klickt man auf die Serviceoptionen, wird man auf die Webseite von Apple geleitet, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Interessant ist auch zu erwähnen, dass der Akku erst 227 Ladezyklen hat. Dies könnte damit zusammenhängen, dass das MacBook Pro sehr oft am Strom angeschlossen war. Nachdem der originale Akku durch Apple im Gehäuse fest verklebt wurde, ist ein Wechsel mit hohem Aufwand verbunden. Und wenn man dabei nicht genau aufpasst, kann es ganz schnell sehr gefällig werden. Grundsätzlich rate ich von so einer Reparatur ab. Als erstes gehen wir in das Terminal, um den Autostart des MacBook Pros zu deaktivieren. Dazu geben wir den Befehl sudo nvram autoboot ist gleich Prozentzeichen 00 ein. Somit ist sichergestellt, dass sich das MacBook Pro nicht selbst einschalten kann. Bevor man das MacBook Pro öffnet, ist es sehr wichtig, dass man einen ESD-sicheren Arbeitsplatz hat. Ich habe hier leider keinen. Bitte beachtet auch den Haftungsausschluss unten in der Beschreibung. Nachdem die Schrauben entfernt wurden, muss der Deckel angehoben und gleichzeitig nach vorne abgezogen werden. Das ist ohne der richtigen Vorrichtung von Apple gar nicht so einfach. Man sollte hier ein wenig Geduld mitbringen. Bei diesem MacBook Pro muss ich gar keine große Reinigung vornehmen. Für sein Alter ist dieses Gerät innerlich noch sehr sauber. Nicht einmal der Lüfter ist vom Staub verstopft. So steht einer guten Kühlung kaum was im Wege. Wenn das geschafft ist, muss nun die Akkuplatine von der Hauptplatine entfernt werden. Nur so kann der Akku entnommen werden. Grundsätzlich sollte man bei jeder Reparatur den Akku von der Hauptplatine trennen. Nun kommt das Trackpad an die Reihe. Das Flachbandkabel ist auf dem Akku aufgeklebt. Das bedeutet, wenn man daran stark zieht oder knickt, kann es beschädigt werden. Wenn es sich nicht leicht abziehen lässt, würde ich es ein wenig erwärmen, bis der Kleber unterhalb des Flachbandkabels elastischer wird. Bei der Entnahme des Trackpads muss man darauf achten, dass man die Beilagscheiben nicht verliert. Diese sind sehr wichtig und dienen der Funktionalität. Jetzt kommen wir zum Hauptteil des Videos. Bevor ich aber mit dem Lösungsmittel für die Klebestreifen an das MacBook Pro rangehe, treffe ich noch ein paar Vorsichtsmaßnahmen. Ich lege auf das Display ein weiches, saugfähiges Tuch und darüber eine Alufolie. Darauf wieder eine Schicht mit dem saugfähigen Tuch und klappe das MacBook Pro zu. Sollte das Lösungsmittel bei der Trackpadöffnung oder wo auch immer auf das Display tropfen, so ist es auf jeden Fall geschützt. Wenn nun alles vorbereitet ist, kann man auch schon loslegen. Aber Schutzhandschuhe und Schutzbrille nicht vergessen. Zuerst habe ich mich um die linke Seite gekümmert. Die rechte Seite und die Mitte sind praktisch gleich zu handhaben. Lösungsmittel dosiert zwischen Akku und Gehäuse anbringen und einwirken lassen. Mit einer Kunststoffkarte langsam und vorsichtig zwischen Akku und Gehäuse fahren, um den Akku von den Klebestreifen zu trennen. Den Akku leicht nach oben hebeln. Ist der Widerstand aber noch zu stark, die Einwirkzeit einfach verlängern. Aber auf gar keinen Fall irgendwelche spitzen Metallteile zum Hebeln verwenden. Wenn der Akku dadurch beschädigt wird, kann es zu einer starken Entzündung kommen und so zu materiellen und körperlichen Schäden führen. Also bitte Vorsicht. Wie schon anfangs erwähnt, von einer Reparatur rate ich ab. Geht lieber zu einem autorisierten Service. Noch ein kleiner Tipp. Ich sortiere meine Schrauben immer so, wie sie im Gerät verbaut wurden. So kann es nicht passieren, dass ich aus Versehen z.B. längere Schrauben als benötigt verbaue. Bevor die neue Batterie eingesetzt werden kann, müssen die Oberflächen des Gehäuses sehr gut gereinigt werden. Ist dies nicht der Fall, kann es dazu führen, dass durch die verbliebenen Rückstände des Lösungsmittels der Kleber des neuen Akkus angelöst wird und dadurch den Kontakt zum Gehäuse wieder verliert. Der Akku würde dann wackeln und das wäre sehr ungünstig. Wenn das erledigt ist, wird der neue Akku richtig positioniert, eingelegt und ans Gehäuse angedrückt. Danach die Akku-Platine wieder an das Gehäuse anschrauben. Erst ganz zum Schluss die Akku-Platine mit dem Mainboard verbinden. Nun kann das Trackpad wieder in umgedrehter Reihenfolge eingebaut werden. Wichtig! Die Beilagscheiben müssen richtig positioniert sein und dürfen nicht fehlen. Nun alle Schrauben ansetzen und so festziehen, dass sich das Trackpad zum Positionieren noch leicht schieben lässt. Nach der Ausrichtung des Trackpads die Schrauben fest anziehen und das Flachbandkabel mit dem Mainboard verbinden. Zum Schluss den Deckel wieder anschrauben. Somit ist der Akkutausch selbst abgeschlossen, aber noch nicht fertig. Jetzt muss der Akku kalibriert werden. Dazu ladet man den Akku komplett bis 100% auf und lässt ihn weitere 2 Stunden am Strom angesteckt. Danach benutzt man das MacBook Pro normal, bis es sich selbst abschaltet. Also von 100% auf 0% benutzen. Wenn der Akku des MacBook Pros komplett leer ist, mindestens 5 Stunden warten, bis man das Stromkabel mit dem MacBook Pro wieder verbindet. Danach den Akku ohne Unterbrechungen bis auf 100% aufladen. Nun sollte alles wieder normal funktionieren. Wenn aber nicht, kann man noch einen SMC-Reset durchführen. Was ist ein SMC-Reset? Der SMC-Reset ist für die Verwaltung der Stromversorgung deines Macs zuständig. Durch das Zurücksetzen können bestimmte ungewöhnliche Probleme im Zusammenhang mit der Energie- oder der Wärmeverwaltung gelöst werden. Nur als kleine Info zwischendurch. Das 2017er MacBook Pro hat keinen T2-Chip. Der SMC-Reset geht wie folgt. Schalte deinen Mac komplett aus. Halte auf der integrierten Tastatur alle folgenden Tasten gleichzeitig gedrückt. Links unten die Umschalt-Taste, Control-Taste, Wahl-Taste. Rechts oben den Ein-Ausschalter. Diese Tastenkombination 10 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten. Lasse alle Tasten los und drücke dann den Ein-Ausschalter, um den Mac neu zu starten. Nachdem das MacBook Pro wieder gestartet ist, schalte ich den Autostart wieder ein. Dazu öffne ich das Terminal und gebe den Befehl sudo nvram autoboot ist gleich %03 ein. Jetzt ist das MacBook Pro wieder im Originalzustand. Mein kleines Fazit zum Schluss. Ich würde den MacBook Pro Akku immer von einem Fachmann wechseln lassen. Die Gefahr, dass sich der Akku bei der Entnahme entzünden kann, sollte nie auf die leichte Schulter genommen werden. So Leute, das war's schon wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!